Hi! Jeder Künstler wird es früher oder später brauchen und es ist die effizienteste, aber auch schmerzhafteste Art und Weise, seine Skills zu verbessern. Genau, Feedback. Ich erkläre euch heute, wie man am besten nach Feedback fragt, wie man gutes Feedback von schlechtem Feedback unterscheidet und wie man mit dem erhaltenen Feedback umgehen sollte. Wie oft habe ich jetzt Feedback gesagt? Also, wie frage ich nach Feedback? Es ist eigentlich relativ einfach. Am besten fragt ihr Menschen, deren Meinung euch etwas bedeutet. Also eure Freunde, die eure Art von Musik mögen und hören, Künstler, zu denen ihr bereits Kontakt habt oder Foren. Das habe ich auch mal gemacht und zwar auf dem deutschen FL-Studio-Forum. Es gibt auch Discord-Server, bei denen man in gewissen Channeln Feedback abgeben kann. Was ist gutes und was ist schlechtes Feedback? Den Begriff konstruktive Kritik habt ihr bestimmt schon oft gehört. Er wird ja sowieso von jedem Menschen, der dieses Thema anspricht, hin und her geschmissen. Es geht einfach darum, dass man etwas kritisiert, ohne abwertend zu klingen. Du willst dich ja verbessern, da helfen irgendwelche sinnlosen Beleidigungen nichts. Bei gutem Feedback lernst du was dazu und kannst nachvollziehen, wie dein Feedbackgeber zu der Meinung gekommen ist. Auch wenn du es nicht verstehst, kannst du die Meinung respektieren. Bei nicht konstruktiver Kritik versucht dir die Person fast schon zu schaden. Als Feedbackgeber sind Ja-Sager auch komplett unnütz. Falls man down ist, kann man die natürlich gerne um ihre Meinung bitten, weil die sowieso sagen, dass das Zeug geil klingt. Dadurch geht es dir vielleicht etwas besser, aber nimm das Ganze nicht ernsthaft als Feedback an. Wie geht man jetzt also mit diesem Feedback um? Naja, nehmt es ernst, wenn es sich ernst nehmen lässt und versucht, das Feedback für eure nächsten Projekte zu merken. Oder wenn du nach Feedback für einen noch nicht veröffentlichten Song angefragt hast, kannst du es logischerweise noch abändern. Falls du aber nicht willst, dann lass es auf jeden Fall. Es kann ja sein, dass du eine komplett andere Meinung als dein Feedbackgeber vertrittst und das ist auf jeden Fall okay. Mir wurde teilweise gesagt, dass ich gewisse Teile aus Songs komplett rausnehmen sollte, weil sie einfach kacke seien. Habe ich nicht getan und der Song ist eigentlich ganz gut angekommen. Also lasst euch bitte einfach nicht runterkriegen. Liked das Video, falls es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, falls ihr mehr Tipps sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.